Hallo und Willkommen bei myyugioh TCG. Heute möchte ich euch wieder ein komplettes Set vorstellen und ihr seht, wir haben hier schon sechs Booster Packs. Legend of Blue Eyes White Dragon, Metal Raiders, Spell Ruler, Pharaoh's Servant, Labyrinth of Nightmare und Legacy of Darkness. Das sind die ersten sechs TCG Booster und die gab es 2004 in der sogenannten Master Collection. Da hat man dann diese sechs Booster in einem goldenen Ordner bekommen und passend dazu gab es aus jedem dieser sechs Sets eine bestimmte Karte, die dann in einer Secret Rare Variante erschienen ist. Die war dann Limited Edition und hatte die Set ID MC1. Und diese sechs Karten habe ich euch mitgebracht. Hier haben wir die erste, Exodia, die verbotene in Secret Rare, MC1 EN 001, Secret Rare, also passend zu Legend of Blue Eyes White Dragon. Dann haben wir als nächstes den Pistolendrache MC1 EN 002, hier wieder in Secret Rare, passend zum Booster Metal Raiders. Dann haben wir hier aufgegeben MC1 EN 003, passend zum Booster Spell Ruler, ist auch gleichzeitig die Coverkarte dieses Sets gewesen, natürlich auch hier in Secret Rare. Dann geht es hier weiter mit 1000-äugiges Opfer MC1 EN 004, passend zum Booster Pharoah's Servant, ist auch hier wieder das Covermonster gewesen. Dann als nächstes haben wir hier Finstere Todesfurcht MC1 EN 005, auch hier wieder Secret Rare, passend zum Booster Labyrinth of Nightmare. Und als letztes haben wir diese Karte hier, Finstere Herrscher Hades in Secret Rare MC1 EN 006, passend zum Booster Legacy of Darkness. Ja, diese sechs Booster und diese sechs Promokarten hat man bekommen, wenn man diesen goldenen Ordner Master Collection Volume 1 gekauft hat. Der ist nur in den USA, also auch nur in englischer Sprache erschienen. Ein wirklich tolles Set, wie ich finde. Die wertvollste Karte aktuell wäre das 1000-äugige Opfer. Finde ich sehr interessant. Ich hätte die Exodia wesentlich höher gehandelt. So mein persönlicher Favorit wäre momentan der Pistolendrache, wobei sich das halt ständig ändert. Diese beiden Karten hier, die hatte ich schon sehr lange in meiner Sammlung und es war mir einfach so ein Bedürfnis, dieses Set auch voll zu machen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses doch sehr kurze Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt hier ein paar schöne Karten zu Gesicht bekommen. Ich finde diese Karten sehr, sehr cool. Hatte jetzt auch passenderweise die sechs Booster Packs dazu. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr dieses Set gerne noch mal kaufen können würdet. Würdet ihr es dann kaufen? Das hat damals so um die 30 Euro gekostet, als es rausgekommen ist. Wenn man das heute Sealed kauft, muss man da deutlich mehr für bezahlen. Ja, welche dieser Karten findet ihr am schönsten? Hättet ihr diese Karten auch gerne in dieser Secret-Rare-Variante oder zieht ihr das klassische Ultra-Rare dann doch lieber vor? Schreibt alles mal in die Kommentare unten rein. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!